Ich meine ja, es stimmt. Es ist eine so herausfordernde Zeit, die uns aber vielleicht auch ein paar Dinge zeigt. Eine Zeit, die uns zeigt, wie wichtig es ist, nach vorne zu schauen. Auch an schlechten Tagen an das Gute zu glauben, die uns zeigt, wie wichtig es ist, auf sich selbst Acht zu geben, auch im tiefsten Winter den Sommer zu sehen. Eine Zeit, die uns erinnern lässt, was im Leben wirklich zählt und wie viel es doch ausmacht, wenn das Alltägliche fehlt. Und ich hoffe, dass wir alle daraus etwas lernen, dass wir uns nahestehen, auch auf Entfernung, dass wir füreinander da sind und aufeinander achten, dass wir uns die Zeit gegenseitig einfacher machen. Denn auch wenn es anders funktionieren kann, ist es so viel einfacher, schaffen wir es zusammen.